500 Meter weit nach in die Richtung. Und da sind Stellen mit Jordanischen Flaggen. Einmal rechts, einmal in der Mitte, einmal links und einmal vorne. Gehen wir ganz gleich nach hinten, in der Richtung, in der rechten Flagge. Von da aus, da schaut man auch mal die Araber und Megid-Würste. Die haben unheimlich eine schöne Idee.